So Matti, ja eben habt ihr das noch gehört, Matti mach mal Anmoderation, komm. So Leute, wie... So Leute, wie mein... Ja, nee, so Leute, wie spielt's... Oh Mann, Bruder, ich krieg's da nicht hin. Das steh ich doch mal an. Okay, zieh mich nochmal ein. Das läuft schon längst. 3, 2, jetzt Matti los. So Leute, das versuch du auch mal. Ich kann das nicht. So haben wir einen Glücksrad, oder was? Wer willst du überhaupt nachmachen, Karla? Ich? Werden so Leute die ganze Zeit... So Leute, das wäre ein Preis gewesen. Nee, nee, wer sagt das? Das wäre das Wort, was? Ihr werdet schon wissen, wenn ich da nachmachen würde. So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Mario Gives Up 2 mit Mattbrun. Ja, guten Tag. Ich rede nur so, weil ich nicht... Weil ich nicht... Nein, ich verarsch den Fokker jetzt nicht, nein. Der Fokker ist ein Lieben. Ist ein Lieben. So, jetzt ab geht's, safe state. Ich hab keinen Bock mehr auf den Runde. So, du fährst jetzt hier die voll geile Fahrt. Die Dinger haben aber auch wieder so ein Momentum, dass man rutscht. Error 404, Word not found, Momentum. Doch, das gibt's. Joey, war da Foku. Oh. Das war vielleicht... War das jetzt ein Fehler? Der ist schneller als du, Achtung. Das ist mir bewusst. Hey. Das ist ein Schnellen, ist er. Aber jetzt hab ich ihn ausgetrickst. Ja, da kommt ein bisschen. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine Geschichte hier. Wie dieses kleine Horma-Klo. Prinz Ali Yababur. Oh Gott. Oh. Geil. Oh. Oh nein. Es geht weiter. Safe. Ja, das sind die Besten. Die waren ja letztes Mal schon so geil. Ja. Nicht mehr. Oh, verarscht. Nach unten ist ein Sollenspiel nie gut. Nee. Oh. Das ist immer scheiße. So viel Verallgemeinerung. Die sind auch immer scheiße. Ja, sind doch. Jedes Mal, wenn du verallgemein hast... Allgemein hast. Allgemein hast. Und Hasen verallgemein hast. Hasenverein. Nein. Ach man, ich bin so blöd. So. Noch mal. So Leute. Es ist normal jetzt schön. So Leute, willkommen zurück. Zu einer weiteren. Städte-Besequenz mit dem Mario und dem Luigi. In Mario gibt's ab. Nee. Moigit. Wenn ihr kurz gelegelaufen könntest du mir gescheitlohn, ihr seht. Ja, damit. Die bitte. Damiche. Da wirst du debatet, mei. Ja, mei. Ich kann gar nicht gut Bayerisch. Ich laber einfach nur gegen einen Mist zusammen. So richtig ersetze auf Bayerisch. Das kann ich gar nicht, mei. Das kann ich gar nicht. Warum machst du eigentlich immer das gleiche? Ich weiß nicht. Laber nicht so drei. Talk mal nicht between, mei. Talk mal nicht between of life. Moi. Zipfel klatschen. Ich lache, dass ich den Arsch habe. Du hast keine Klau. Das ist so scheißregier. Scheiß die Wand. Das ist so unglaublich. Du kriegst das nicht mehr ein. Der Meti. Ja, Meti. Sag's mal. Was ist da los? Sag mal. Ui. Dann kriegt er sich echt nicht. Ah, nein. Nicht weiter. Dein Gelache, das war ich gerade voll fertig. Deswegen krieg ich da nicht. Dann muss er auf, um zu scheiß zu reden. Ihr redet nicht, scheißreg. Das ist Bayerisch. Warum schaffst du die Stelle nicht? Weiß ich nicht. Weil du mich narrisch machst. Meti, was ist los? Ich kann auch Berlinerisch oder Kölsch, wenn dir das lieber ist. Ich will einfach gern Kölsch, dann wär's jetzt. Oh, Meti. Weißt du, ich mach das nicht aus Dachten hier. Ich geb mir gerade richtig müde. Ne, das war falsch. Ich geb mich gerade richtig müde, Kerle. Wie soll das denn funktionieren? Kannst du mal kicken. Das ist echt scheiße. Weißt du, das finde ich so richtig schreudig. Weißt du? Stress. Dieses Bayerische Token. Ja, Bayerisch kann ich eigentlich so ein bisschen. Ja, Meti, Token, meine Bitwine, the way of life. Ja, meh, Gott, schnitt, Mocha. Ja, jetzt brennt das nicht mehr so, aber gerade eben. Jetzt brennt das nicht mehr so. Das Einzige, was hier durchbricht, ist mein Magengeschwür. Ach ja. Oh, ne, geht er da. Ach ja, moin. Ist. Ich kann dieses Rot nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, Meti. Oh, und da geht er wieder. Warte hin. Ah, das Secret Exit der Laden hier, ne? Ja. Super geil. Das ist der größte Spaß an der Sache. Das mache ich dann nächstes Mal. Eigentlich liebe ich ja sowas, aber der Anfang war so kacke. Ja, alles kacke hier. Oh, oh. Alter. Wett mal, hier ist das irgendwo das Secret Exit. Oh, das haben wir gesehen hier, 43. Es gibt die 50. Es gibt die 50. Wenn du in diesem Spiel die 50 machst, ne? Sicher, dass es... Dann in dir. Oh, gut, das war das Normale. Ich dachte schon, das ist das Secret. They all float. Meti, they all float. Kennst du das Zitat? Schwimm in der Lava. Sie alle fliegen. Kennst du das? Meti, dass du das nicht kennst. Bruga, soll ich hier mal das Secret Exit tun? Ich hab, mach doch. Das ist bestimmt, wenn du bei dieser einen Kuschenschranke dann nach oben fährst. Dann kriegst du das dann. Das, der helft mich wieder durch auf live. Du hast Pleasure. Du hast Pleasure. Blow me one. Das kannst du nicht machen, das kostet doch immer was. Blow me one. Ich will, dass du das änderst. Ich glaube, die kleine Spalte. Kleine Maid. Oh, Meti, das hast du verloren. Jetzt macht er hier, weißt du was? Du wolltest nur nicht, gib es zu. Jetzt kommst du wieder mit sowas. Du wolltest nur nicht. Der Meti, kannst du den machen. Ja, ich save dich doch schon durch. Da muss ich immer alles müssen, was ich kann. Ja, 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 ja. Talk me not between. Talk me not between. Auf live. Okay, jetzt erstmal den. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich mach jetzt immer einen Sicherheitssatz. Wow, Meti, du stimmst jetzt. Hör auf, ich lade. Du weißt gar nicht, was ich hier gemacht habe. Was? Ja, deswegen. Fahr mal die Runde. Voll gut fahr ich jetzt eine Runde. Moin, Tag, moin. Moin, schnitze, moin. Du musst gleich springen, Meti. Ja, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie das geht. Spring. So, jetzt mal bitte noch einen. Hab. Jetzt musst du gleich erwischen. Nein, nicht so früh. Du musst warten, bis das Ding... Bis das hochfährt. Letzter war... Hab grad Eierhals. Nein, das ist zu früh. Zu früh, Meti. Yeah. Ja. Warte noch, ich sag dir, wann du dran springen sollst. Dann weißt du... Das fährt er aber mit. Nein, das ist der vor dir. Das ist scheiße. Jetzt. Das ist der vor dir. Ich hab gar nicht gesaved. Und dir platzt das Spiel wieder. Okay. So, wo ist das Secret? Das ist... Das Roberto Flanco zwischen seinen Eimer von Schuhcreme hat er das versteckt. Ist voll gemein. Der hat jetzt Steuerschulden, ne? Warum? Weil er seiner Ex-Frau nicht die Alimente zahlen kann. Ich mach hier ein Sicherheits-Safe-State. Das ist ein armer Mann, Meti, der kriegt nur 1900 Euro Rente im Monat. Was? Ja. Ich mach mal jetzt... Ich mach mal jetzt die Off-Life hier. Versuch mal, den in der Mitte Off-Life und dann... In der Mitte Off-Life, der war open, Meti. Und natürlich war der oben. Guck mal, da oben, der... den Schlängel da. Den musst du machen. Da musst du rauf. Deswegen lade ich jetzt nochmal, Meti. Jetzt rauf, walken, Off-Life. Uah! Spring nur auf den... In der Mitte gleich drauf, dann kannst du nach oben. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass der hier kommt. Warum nicht? Hab ich da extra für dich gesaved? Warum weißt du das nicht? Das war gut, Meti. So. Oh ja, hier wieder. Oh, jetzt nochmal ein Schäfer. Genau, jetzt haben wir wieder hier. Jetzt geht die Leiter. Das ist sehr egal, ich mit Way. Nicht dran springen. Ja, ja, ich lass alles auf On. Okay. Ist alles normal, Meti. Ist alles normal. Ich weiß schon, wenn ich betrachten... Nein, den anderen muss ich nehmen. Nein, nein, Digga. Geil. Welchen musst du nehmen? Geht doch gar nicht. Den davor. Boah, das ist ein Schriechen-Kerl. So, das schätzt du den noch nicht, aber den nächsten jetzt. Pass auf. Sicher? Der geht jetzt auch runter. Ja, nee, das ist aber richtig. Guck mal hier. Das war jetzt super Runde. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Ah, guck mal, jetzt ist der Schlüssel. Auf live, du Splasher. Jetzt kommt er wieder zurück. Achtung. Oh, jetzt musst du sogar tricken, ja. Booty. Uiuiui. Pff. Ah. Hat man gar nicht gesehen, dass du da ein Key geused hast. Yeah. Key-User ist das. Oh, jetzt wird es eklig. Warte mal, das sind glaube ich nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Level insgesamt, dann haben wir es, Betty. They all float, Stephen King's ass, kennst du das echt nicht? Ich hab's nie gelesen, vor allem nicht auf Englisch. Sie alle fliegen hier unten, Billy. Sie alle fliegen. Kommt da wieder ein Arsch raus hier? Hält jemand seinen Arsch raus, weißt du, so wie beim Autofahren. Och ja. So wie beim Autofahren, weiß er nicht, wie du Autofährst. Hättest du nicht den Arsch manchmal aus dem Fenster? Nee. Warum nicht? Das war lustig. Stell ich mich jetzt durch durch dieses Luftschiff. Die kriegen aber Ärger von Polizei, die sagen dann Erregung, öffentliche Erregung. Achso. Erregung, öffentliche Erregung. Wann muss ich jetzt Eierhals, Melli? Ich weiß nicht, warum du Eierhals hast. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal einen Cape gekriegt hier? Gar nicht. Ich glaube, da war Schröder noch Bundeskanzler. Da ist er schon zweimal gewesen. Nehme ich jetzt gerade auf eigentlich? Die Ära Kohl. Ja, doch. Nimmst du auf, Brugger? Ja. Ich nehme sowieso auf, aber ich wusste nicht, ob du jetzt dran bist oder ich. Ich trau mich ja nicht zu selten. Wenn hier einer dran ist, dann bist du das hier an diesem Level. Alter. Und der nervigste Maschine in MGU 2 geht an. Den Toaster. Der kommt nämlich gleich noch. Ja. Ach, schießt er. Hallo? Ne. Melli, lad doch nicht einfach. Ich habe geladen. Jetzt crasht das wieder, der Scheiß. Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade Ersatzbankspieler. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Bämst. Hehehe. Ist jetzt eh los. Ja, ist so. Kennst du nicht. Oh, Kinder. Kann niemand. Nein. Toter Winkel gibt es nicht. Ja, eigentlich schon. Du musst in Bewegung bleiben. In Bewegung. Ich kann mich ganz für vorne hinstellen, da werde ich trotzdem gefletscht gleich. Guck. Achtung. Da ist er. Das ist er. Das sah gerade aus, als wenn es das Ende wäre. Bullet Bill fürs Leben. Aber ist es nicht. Das ist nur nicht mal Hälfte jetzt wahrscheinlich. Achtung. Hehehe. Das sieht alles immer so aus, als wenn es gleich vorbei wäre. Kommen Sie heimlich vorbei. Pff. Ich gebe dir Schläge. Ja, so ist es. Das ist MGU. Wenn ich da wüsste, dass da was vor mir kommt, dann könnte ich ja abkürzen und rufspringen oder so. Nee. Nee, geht nicht. Mal hier so weit vorne wie möglich zu sein, ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Nee, das ist scheiße, Midi. Du bist geil. Mal hier, sowas hier. Pff. Hehehe. Ja. Pow. Ach so. Ja, 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 ja. Wie sieht es aus bei euch beiden geilen Tanks? Ja. Ja. Das Double hat er gerissen. Ja, schon. Pff. 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 Ja, ist es auch. Now this is hell. Jawoll. Das ist Rektum von Goatzee. Ist das. Kennst du das immer noch nicht, oder? Kennst du das, wenn man so nach drei Sekunden levelt, schon keinen Bock mehr hat? Ja. Kennst du Goatzee jetzt eigentlich schon? Nee, ne? Nein. Hör mal, was ist denn? Weißt du, der kennt so Sachen aus dem Briefing, aber sowas kennt er nicht. Was ist denn da in den Käfigen? Ja, schieß. Okay. Ach so, ne, mal Peng. Oh, so ne Sau. Oh. Oh. Ich hab nicht gespeichert. Kann er wissen? Ich auch nicht. Ist aber auch jetzt egal. Haben wir grad ein Save gekriegt, ja, ne? Din, 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 din. Nein. Pff. 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 Den hole ich mir jetzt den Arsch mit seinen Flemmen da. Wer mich flemmt, dann flemm ich zurück. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Aber hallo, ich fress den noch dazu. Mach den nicht nur kaputt, ich fress den. So im Ganzen dann, weißt du? Ja, am Stück. Achso, die ganze Seite lässt er keine Flemmen und dann sowas. Jetzt kommt sein Kollege aber nicht mehr. Ja wahrscheinlich, weil ich nicht weit genug rüber war. Ach, ich, geil. Ich warte die ganze Zeit auf die Fanfare Infernale. So, so, ja, ja. Yeah. Jetzt könnte der Level eigentlich schon zu Ende sein, aber eigentlich müsste ich dich hier freuen, wenn die ganzen Yoshis hier... Geh, der Low ist erst. Sprich runter, du Arsch. Zum Beispiel der rote hier, das ist der Vater von dem einen kleinen Kuni Yoshi. Diese... Diese super Arsche, die Sau-Sau. Wat? Sau-Sau. Der kleine Yoshi, der dann mit der Zunge uns gefletscht hat. Mal da rauf. Ja. Tatsächlich? Ja. Ach, guck mal, das ist ein richtiger Koopas. Das sind die richtigen Koopas, nur in Skelettform. Ach so. Ach so. Das war Zufall. Oh. Ach, ich kann ja klettern. Ja moin. Ich kann die Ketten... Kettenklettern. Ketten... Kettenklettern? Kettenklettern. Und dann ist da der Schlüssel. Stimmt, ich hab ganz vergessen, dass es auch noch ein Secret Exit in diesem Bums hier gibt. Ach nee, hau ab jetzt. Uiuiuiui. 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 Tiffi Nilo. Herr von Blödelfeld. Uiuiuiui. Reingelaufen. Warum muss ich mir dich jetzt gerade in so einem Samson-Kostüm vorstellen? Pfff. Och, ich... Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wunder. Erstmal downrocken. Move live. Achievement. Es gibt es auch. Ach so. Nö. Ist überall gefährlich hier. Es ist Hölle. Ich will den Midway noch haben, Mensch. Ach so. Ja. Och, jetzt sterbe ich hier. Nein. Okay. Da unten ist Madway, Maddy. Der Way of Mad. Unglaublich. Dann hol dir den Madway. Oh. Das ist safe. Das ist safe. Jawoll. Ja, den Schlüssel hab ich jetzt eh schon verpasst, von daher. Ist mit dem nicht richtig. Wenn. Der tötet dich, Bugle. Dann kannst du sagen, was du willst. Der ist ein Shell. Hä? Ist mit euch nicht. Warte mal. Ich schmeiß dir mal die Shell hin. Oh. Vielleicht wird der jetzt geil. Oh. Vielleicht stirbt er auch einfach. Der ist richtig geil geworden. Hast du gesehen? Ja. Richtig. Oh. Mich war wieder so ein Arsch hier. Kanonenschwein. Ach ja. Aha. Feder. Jetzt haben wir hier ne schöne Blume drin. Die brauchen wir sofort. Ja. Da ist die Blume auch wieder weg. Hauptsache einen hab ich damit gefletscht. Ach so. Er ist sowieso der beste. Nein. Nein. Ach komm einmal will ich. Ah ja genau. Komm jetzt. Ja. Ja. Ich find's übrigens schade, dass du da unten bei den Kisten, dass du da nicht aufkommen kannst. Das wär noch cool. Oh. Hast du's gesehen? In meinen Augen war das nicht. Ja. Das war ultra knapp. Ach guck mal da gestreckt sich wieder alle. Raus. Ja. Raus. Sau. Frau Hansen. Sie sehen so cool aus. Was spucken sie denn Feuer auf mich? Frau Hansen. Könnte es doch nicht machen. Ja. Moonwalk. Das ist ein cooler. Mario hat schon drauf. Ja. Lia kann auch Moonwalk, hab ich gehört. Stimmt. Das hat sie mir gar nicht gezeigt. Scheiße. Da muss ich mal dran denken müssen. Ja nächstes Mal. Moonwalk. Oh. Schaffste. Schaffste. Oh. Oh. Baby. Da. 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 Oh. Geil. Das ist ja müde. Oh. Guck mal. Da geht's jetzt rechts weiter. Warte mal. Mansion of Madness. Geh mal runter bitte. Und drück dann mal runter wo ich jetzt bin. Vielleicht kommst du da wieder rüber ans Schloss. Ja. Das ist grad ein Rundgang. Ja. Was ist dann das Secret? Cool. So was sag ich immer bei den Kommentaren die mich annerven. Cool. Oder moin. Ja. Ja komm wir müssen den Schluss machen. Hör mal auf jetzt hier. Scheiß. Ich mach jetzt grad meine zweite Runde. Ich trainiere für den Marathon hier. Ja ja. Durch die Lava schwimmen. Iron Madman bin ich. Bist du Magma Man. Bist du. Ja bin ich. Stell mal einfach mal so einen Iron Man mit Lava. Das wäre viel geiler. Melli ich muss zum Livestream jetzt. Ja mach gut. Also Kinder ne. Tschüss. Nicht wieder den Spruch ohne Gummi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.